Da steht, ich habe dich zum Schmelzer gesetzt, unter mein Volk, das so hart ist, dass du ihr Wesen erfahren und prüfen sollst. Sie sind allzumal Abgrünige und wandelnd verräterisch, sind Erz und Eisen, alle sind sie verderbt. Der Blasebalk ist verbrannt, das Blei verschwindet, das Schmelzen ist umsonst, denn das Böse ist nicht davongewichen. Darum heißen sie auch verworfenes Silber, denn der Herr hat sie verworfen. Diese Menschen sind nicht mehr zu reinigen, nicht reinigbar, es ist zu spät, es ist zu viel Finsternis in diesen Menschen geworden, dass Gott sie verworfen hat. Er hat sie verworfen, sie sind verworfenes Silber. Hier wieder das Wort Verwerfung, Ablehnung, Verwerfung, Synonyme, wo Gott jemanden dann ablehnt und deswegen haben wir auch dieses Wort Verwerfungslehre, benennen wir auch so. Verwerfen bedeutet eben nichts anderes als Ablehnen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel einen Plan schmiedest. Okay, heute werde ich durch Pforzheim fahren und dann nach Stuttgart und irgendwie zum Flughafen dorthin, nicht? Und ich werde genau diese Route nehmen, diese. Und dann sagt dir eben das GPS, du, da gibt es einen Unfall auf dieser Route. Du würdest dich drei Stunden verspäten. Wäre ziemlich dumm, wenn du diese Route trotzdem nimmst. Es gibt auch andere schnellere Routen, ja? Also, mach es nicht, geh die schnelle Route. Aber, wenn du die schnellere Route gehst, eben diese andere, wo kein Unfall ist, was machst du dann mit dem ersten Plan? Du verwirfst ihn. Du legst ihn auf, du lehnst ihn ab sozusagen, wenn du so willst, ja? Du wirfst ihn weg. Okay? So heißt das jetzt, wenn ich diesen Plan verwerfe, wirst du ihn dann noch irgendwann einmal verwenden an diesem Tag? Nein. Du hast ihn verworfen. Okay? Du hast jetzt einen besseren Plan sozusagen. Vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen. Oder wenn ein Handy kaputt wird, ja? Und der Akku brennt ab und was weiß ich, und das stinkt und alles. Und alles ist kaputt. Die ganzen Module ist kaputt. Das kannst du nicht mehr reparieren. Es gibt so Platinen, wenn die einen gewissen Schaden haben, sind sie nicht mehr reparabel. Also, unmöglich. Ja, aber es sind ja Multilayer, es sind innen drinnen, nicht? Die ganzen Leiterbahnen, die kannst du nicht mehr ausbessern, ja? Deswegen schmeiß es einfach weg. Du verwirfst es. Es ist kaputt. Es ist für die Müllverbrennung gedacht, nicht? Und so ist das zu verstehen. Das heißt, verwerfen bedeutet, du schmeißt es einfach weg. Du verwirfst es einfach. Du brennst, es wird irgendwann verbrennen, natürlich auf der Müllverbrennung. In der Hölle in diesem Fall, nicht? Die ganzen Homosexuellen und alle anderen Geschlechter. Wie viele gibt es jetzt? 150 oder 1000? Keine Ahnung. Ich glaube, aufgehört zum Zählen, ja? Für mich gibt es natürlich nur zwei Geschlechter. Die Bibel kennt nur zwei Geschlechter. Und lustigerweise, alle Biologen, die werden zugeben, dass es in der Natur nur zwei Geschlechter gibt, obwohl sie an Charles Darwin glauben, obwohl sie diesen ganzen Evolutionstreck glauben, werden sie trotzdem zugeben, es gibt nur zwei Geschlechter in der Natur. Überraschung. Naja, es ist halt so, ja? Das, was die Bibel sagt, ist richtig. Du brauchst keinen Biologen dazu. Du kannst einfach nur die Bibel hernehmen und Genesis 1, 2 lesen. Fertig. Dann hast du auch das Wissen, was die Biologen jahrelang sozusagen gelernt haben. Es ist ja nicht, dass Biologie schlecht ist und die Natur zu erforschen ist sicher cool, ja? Biologie und die ganze Synthese und was weiß ich, was sicher spannend. Aber du brauchst jetzt nicht Biologielehrer zu sein, um das zu verstehen. Du kannst einfach nur in die Welt hineinschauen. Mann, Frau, nicht? Und die ganzen Verderbten, die sich dann umgestalten. Denn dieist und die